Hanna, ganz ehrlich, ich dachte, du wärst schon ein bisschen weiter. Ich bin doch extra zu Flo gezogen, damit du hier in Ruhe packen kannst. Ich weiß einfach nicht, was ich aufhebe, sondern was weg kann. Schmeiß doch einfach alles weg. Die Wohnung ist der Hammer. Ich zieh einfach mit, Alter. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Hi. Das ist, Alter. Hanna. Läuft da was zwischen euch? Das ist mich verarscht, das ist eine Holländerin. Ich hab ihn auch durch den Examen. Können Sie die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen? Wollen wir es nur ein bisschen entspannen? Warum schließt du dich ab? Hanna, hast du nicht weiter Prüfung? Danke. Ich hab den Job. Glückwunsch. Ich hab mir das anders vorgestellt. Immerhin wurden wir schon zu sein. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, ob das miteinander klappt. Hanna wird erstmal weiter arbeiten und ich bleib zu Hause. Dann zieht ihr weg? Nein, ich werde erstmal pendeln. Wie die Spülmechine geht, weißt du? Ich meinst du es ernst? Freitag? Nein, ich schaffe mich leider nicht. Dann bin ich nicht da. Ich hab mich drauf verlassen. Käpt'n, wir vermissen Sie und wir hoffen, dass Sie bald und unbeschadet zurückkehren. Ist es jetzt hip und angeseit, Mutter zu spielen? Du bist mein Arschloch. Du hast dich immer beschwert, dass ich nie da bin. Und jetzt? Hier ist doch überhaupt kein Platz für mich. Es ist schon komisch, wie wir hier alle Erinnerungen wegstreichen. Und... Und jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020